All we had to do was follow the damn train, CJ! All we had to do was follow the damn train, CJ! Yo Leute, was geht? Heute mal in diesem Video mir wieder etwas anderes, und zwar schauen wir uns heute mal die schlimmsten Missionen in ganz GTA an. Und ihr wisst natürlich, dass es in GTA halt Missionen gibt, einige sind ziemlich einfach, die anderen sind schon ein bisschen länger und anspruchsvoller. Und ich glaube, jeder von euch hat mindestens einmal dieses Gefühl gehabt, es gibt diese eine Mission, die eine Mission, die alles zerstört, die euch die ganze Zeit daran hindert, an der Story weiterzukommen und ihr wochenlang daran sitzt, um überhaupt diese Mission schaffen zu können. Ich möchte euch in diesem Video einige der schwersten Missionen im gesamten GTA-Universum zeigen, und ich bin mir zu 100% sicher, dass in dieser Liste auch eine dieser Missionen dabei ist, die ihr auch gehasst habt. Übrigens Leute, wir sind kurz vor 350.000 Abonnenten, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr kostenlos abonnieren, dann wird es bald wieder eine Verlosung geben. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal mit der ersten Mission. Okay Leute, die erste Mission, die ich euch zeigen möchte, ist nämlich Auskundschaften des Hafens. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, Idizok, was ist denn da so schlimm an dieser Mission? Ich kann es euch auf jeden Fall sagen, die Mission zieht sich extrem in die Länge und ist einfach mega langweilig. Sie ist nicht wirklich schwer, das muss man zugeben, also wer diese Mission nicht schafft, obwohl ich muss schon sagen, es gibt einige Punkte, die sind in dieser Mission wirklich schwer, die kriegt man nicht so einfach hin, muss ich auch zugeben. Als erstes müssen wir dann einfach zum Hafen gehen. Und ihr seht gerade, dass wir auch unterwegs sind mit Trevor und den drei Jungs, dass wir gerade zum Hafen fahren, das ist einige Kilometer weit weg. Und wenn wir dann zum Zielpunkt angekommen sind, dann können wir auch eigentlich schon direkt mit der Mission starten. Wir müssen uns nämlich hier als einige dieser Mitarbeiter verkleiden und dann tatsächlich auch eigentlich am Anfang dieser Mission auch ein bisschen die Drecksarbeit erledigen. Und damit meine ich, dass diese Mission über eine halbe Stunde dauert. Ich meine, gönnt euch mal, wie lange diese Mission einfach ist. Und so viel müssen wir eigentlich gar nicht machen in dieser Mission. Am Anfang läuft man dann halt hier und da so ein bisschen rum, dann erklärt einem Floyd, wie das Ganze hier so läuft. Und dann kommen wir auch endlich zum ersten Job. Ich habe mir gesagt, ey geil, es geht jetzt endlich mal los, wir können richtig mal schießen, irgendwo GTA-Action haben. Aber nein, Leute, nee, das ist halt leider überhaupt nicht der Fall gewesen. Wir steigen nämlich in ein Fahrzeug ein, müssen dann übertrieben langsam mit diesem Fahrzeug fahren und dann einen dieser Container aufsammeln. Und wenn wir einen dieser Container aufgesammelt haben, müssen wir ihn jetzt mal hochziehen, dann müssen wir ihn irgendwo an eine Stelle platzieren. Dann müssen wir das Ganze halt zweimal machen. Also ihr merkt schon, Leute, es geht schon ein bisschen lang zu. Und nachdem wir das gemacht haben, können wir auch endlich starten, mit dem Kran zu arbeiten. Übrigens, vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Facecam-Qualität ein bisschen besser geworden ist. Und da muss ich ganz kurz einfach mal Dank an Logitech sagen, denn die haben mir nämlich eine neue Facecam zugeschickt. Und zwar ist es nämlich die Logitech Brio 4K Webcam. Und dabei handelt es sich nämlich um eine 4K-Kamera, also übertrieben heftig die Auflösung, muss man sagen. Und ich denke, ihr werdet dann auch erkennen, dass die Qualität im Vergleich zu der alten Webcam dann echt deutlich besser geworden ist. Also ich war echt geflasht, als ich das gesehen habe. Also danke deshalb, wie gesagt, nochmal an Logitech für die Webcam. So, nachdem wir das alles geschafft haben, können wir dann endlich mal zum Kran gehen. Und ich habe mich eigentlich gefreut. Ich habe mich wirklich, Leute, gefreut. Ungelogen, ich habe halt gedacht, das ist echt eine geile Sache. Wir können jetzt endlich einen Kran steuern. Nix da, Leute. Wir können zwar den Kran steuern, aber es ist deutlich anstrengender, als ich es mir gedacht habe. Aber ich meine, Rockstar Games zwingt uns dazu, in GTA 5 zu arbeiten, Leute. Und nicht mal irgendwie Geld bekommen wir dafür, was schon mega frech ist, muss ich sagen. Aber dann kommt eigentlich das Schlimmste. Der Kran, der steuert sich wirklich extrem schwierig. Ich habe dann locker fünf Minuten gebraucht, um das Ganze zu schaffen. Und nachdem wir das endlich geschafft haben, können wir eigentlich das bekommen, was wir eigentlich haben wollten. Und zwar Fotos, die wir für Ron schicken. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dankeschön, Ron. Vielen Dank. Zum Schluss liefern wir dann Floyd auch irgendwelchen Leuten aus, die ihn dann zurecht verprügeln. Also ich meine, dass er uns so einen Job gegeben hat. Also das ist das erste Mal, dass ich in GTA wirklich gearbeitet habe. Und ich muss sagen, zu den guten Missionen, die Rockstar Games in GTA 5 hatte, ist das eine dieser Missionen, die echt ein bisschen sich gezogen haben und eigentlich völlig unnötig waren. Okay, Leute. Wir sind zurück in GTA San Andreas, einem echten Klassiker der GTA-Reihe. Und ich glaube, diese Mission, die solltet ihr wahrscheinlich kennen. Und zwar ist es nämlich die bekannte Mission, Wrong Side of the Tracks. Und an sich hört sich die Mission doch eigentlich ziemlich einfach an. Da gibt es doch eigentlich gar nichts, was so schwer sein muss. Ihr seht nämlich, dass jetzt vier Vagos auf einen Zug steigen. Wir müssen diesen Zug verfolgen und darauf steigen wir einfach auf eine Sanchez drauf. Müssen dann mit Big Smoke einen Drive-By machen. Also Big Smoke schießt für uns. Und ich habe halt gedacht, ja Big Smoke, du bist doch eigentlich ein echt gutes Mitglied in der Grove Street Families. Aber anstatt, dass er wirklich einen richtig reinhaut, Leute. Er trifft einfach nicht. Ich schieße doch. Ich meine, Leute, er steht doch Meter daneben. Erstens, die müssen ihn ja treffen, weil das ist eigentlich extrem einfach, dass er getroffen wird. Aber zweitens muss doch Big Smoke eigentlich die Leute mal richtig gut treffen können. Also das dauert ewig, bis er diese Vagos wirklich ausschalten kann. Und da habe ich mir so gedacht, okay, wir sind fast am Ziel, Leute. Wir haben es fast geschafft. Dann passiert allerdings folgendes. Ich crashe und dann einige Sekunden später Big Smoke haut den heftigsten Spruch raus. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. All we had to do was follow the damn train, CJ. Ich muss dazu eine kleine Story erzählen, Leute. Ich habe diese Mission schon früher damals ziemlich oft gespielt als Kind. Als ich damals GTA San Andreas bekommen habe, ich war richtig gehypt auf dieses Spiel. Und diese Mission, die hat mich daran gehindert, dass ich weiterspielen konnte. Weil sie war einfach so schwer. Es klingt am Anfang wirklich gar nicht so schwer, das muss man sagen. Aber damals als Kind ist halt das, was jetzt einem einfach fällt, das war früher halt echt eine Meisterleistung, dass man das schaffen konnte. Also es ist eine der bekanntesten Missionen. Eine der bekanntesten Memes ist dadurch entstanden. Aber die Mission an sich ist, ja, nicht geil. Okay, Leute, zu meiner Verteidigung. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Mission noch einmal in meinem Leben spielen muss. Jeder kennt die Mission, jeder hasst sie. Und ich denke, sie ist auch zu Recht in dieser Liste der meistgehassten Missionen in ganz GTA. Yoga beruhigt, Leute, in GTA 5. Und ich muss dazugeben, Leute, am meisten an dieser Mission stört mich dieser Fabian. Also ich hätte nicht gedacht, dass Fabian mich einmal richtig zum Ausprassen bringt in dieser Mission. Aber damals, als ich das wirklich die erste Mal gespielt habe, ich bin ausgerastet, als ich das nicht geschafft habe. Folgendes ist passiert, Leute, wir müssen am Anfang der Mission nämlich Yoga machen. Und dazu müssen wir drei Figuren schaffen. Und diese sind am Anfang eigentlich ziemlich einfach. Man muss die Position natürlich immer konstant halten. Und das Nervigste ist einfach, wenn wir es nicht schaffen, müssen wir alles komplett von neu machen. Und mit komplett meine ich einfach, die gesamte Figur muss einfach normal von vorne gemacht werden. Und ich meine, Fabian sagt einem immer, okay, vergiss nicht zu atmen, hier und da, jetzt drück die Knöpfe, jetzt drück die Knöpfe, da. Now, you breathe. Doch spätestens ab der zweiten Figur. You can breathe, can't you? Silly man, forget to breathe. Geht das einem so auf den Sack? Ich verstehe das einfach. Jedes Mal, wenn man diese Tasten drücken soll zum Atmen, ich drück, ich lass ja immer los, aber Fabian sagt einem immer noch diesen Spruch. Ich muss dazu sagen, der Rest der Mission ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also man geht mit Jimmy wieder raus, holt ein paar Drogen ab und dann trinkt Michael davon sogar etwas. Also Jimmy setzt seinen Vater unter Drogen, damit die gesamte Familie aus dem Haus auszieht und danach Rockford Hills ins Hotel zieht für einige Wochen bis zum Ende der Story eigentlich. Aber ich meine halt wirklich, diese Mission, nein, das reicht mir, ich kann nicht mehr, ich kann's. Nein, ich kann's nicht mehr. So Leute, jetzt auf jeden Fall eine weitere Mission aus GTA San Andreas und zwar die Mission, die mich damals als Kind zum Weinen gebracht hat. Ohne Witz, ich hab damals echt geweint, weil ich die Mission nicht geschafft habe. Das klingt vielleicht verrückt, aber es ist halt wirklich so gewesen. Es ist nämlich die Mission Demolition Man und alles, was wir dazu tun müssen, ist so ein RC Helikopter zu fliegen, dessen Steuerung ich damals einfach nicht verstanden habe. Ich hab sie wirklich nicht verstanden. Dann hat man auch ein extrem niedriges Zeitlimit, also man hat wirklich viel Druck, dass man das alles schaffen sollte. muss dann die vier Bomben quer über dieses gesamte Bauwerk, also über das Hochhaus verteilen. Und man muss da auf jeden Fall auch darauf aufpassen, dass die Bauarbeiter einen das Flugzeug, also den Helikopter, nicht zerstört haben. Denn die werden nach einer gewissen Zeit echt unruhig und dann habt ihr irgendwie eine Masse von 20 Bauarbeitern, die einen irgendwie am Stück verfolgen. Was an sich schon ziemlich lustig aussieht, aber die machen eigentlich irgendwie ziemlich viel Ärger. Und ich muss sagen, diese Mission war halt echt ein psychisches Trauma, als ich damals ein Kind war. Ich war, glaube ich, neun oder zehn Jahre, als ich das Spiel gespielt habe. Übrigens, schreibt mir mal einfach in die Kommentare, wie alt ihr seid. Das würde mich echt mal interessieren, seid ihr zwölf, vierzehn? Und ich würde sagen, ja, wie gesagt, es ist eine echt schwierige Mission gewesen, früher, als ich das gespielt habe. Und ich würde sagen, gehen wir mal direkt zu den weiteren Missionen. Okay, Leute, die nächste Mission, die ich euch in GTA 5 zeigen möchte, ist das Büro ausmisten. Hierbei ist es wieder einmal eine Mission, wie bei der allerersten, die ich euch gezeigt habe. Eine, die nicht wirklich schwierig ist, aber sie wirklich langweilig ist. Und ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich persönlich möchte jetzt hier festhalten, diese Mission ist die langweiligste Mission, die ich jemals gespielt habe. Es passiert eigentlich gar nichts in dieser Mission. Das Einzige, was man tut, ist, dass Lester in dein Auto einsteigt. Du musst mit Lester zu einer Garage, also zu einer Garageneinfahrt fahren. Dann müssen wir den Hausmeister suchen, der für das FIB-Haus zuständig ist. Und an sich ist das ja gar nicht so einfach, denn das zieht sich schon ziemlich in die Länge, wie ich gesagt habe. Wir müssen nämlich einfach die Kennzeichen untersuchen und dann stellt sich fest, ob das der Hausmeister ist oder nicht. Und anstatt, dass es bis zu ein oder zwei Versuche dauert, bis der Hausmeister endlich rausfährt, dauert es einfach fünfmal. Fünfmal müssen wir warten, hier sitzen und dann warten und... Und jetzt dachte ich mir so, ey, das ist echt krass, jetzt kassiert der wirklich von uns, also jetzt kassiert der mit Michael und Lester, da ist es vorbei, Leute, da ist es vorbei. Wir müssen ihn verfolgen, bis er zu Hause ankommt. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sage, aber ich habe mich noch nie an die Verkehrsregeln in GTA 5 gehalten. Und dieses Spiel zwingt einen dazu, zehn Minuten lang sich an die Verkehrsordnung in Los Santos zu halten. Und wenn wir dann endlich es geschafft haben, dann müssen wir ihn einfach in seine Wohnung reinfolgen und wir holen uns seine Chipcard, seinen Overall und das war's eigentlich. Wir bringen die gesamten Sachen zurück zu Lester und das war die eigentliche Mission. So, Leute, das war auf jeden Fall meine persönliche Liste der schwierigsten und meistgehassten Missionen in GTA. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, könnt ihr das einfach links im Bild tun und auf der Seite könnt ihr auch kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wie gesagt, Leute, bei 350.000 Abonnenten verlose ich wieder was für euch. Ich sag noch nicht, was es sein wird, also lasst euch da überraschen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Ciao.